Es war eine ganz neue Erfahrung, vor allem auch, weil man so viele Sachen kennengelernt hat und auch anders gelernt hat einzuschätzen. Also das Post, wo man dachte, die werden der Serena, da kamen dann so zwei, drei müde Likes und bei Sachen, wo man wirklich gedacht hat, soll man das jetzt überhaupt machen, die wurden dann sogar geteilt oder kommentiert und das ist eigentlich das Beste. Ich denke, das ist sehr gut, vor allem, es ist ein wichtiger Schritt der Kommunikation, auch nach außen. Auch die Wahrnehmung, es ist halt nicht mehr dieses Verstaubte, es ist neu.